Im Jahr 2015 fehlen in Baden-Württemberg 220.000 Fachkräfte. Bis 2030 wird sich diese Zahl verdoppeln, wenn wir nichts dagegen tun. Noch können wir diesen Trend aufhalten. Der wichtigste Hebel gegen diese Entwicklung ist Bildung. Bildung entsteht, wenn Wissenshunger auf hochwertige Angebote trifft. Bildung entsteht, wenn wir bereit sind zu lernen und zu lehren, wahrzunehmen und zu gestalten, zu investieren und zu gewinnen, anzubieten und uns zu entscheiden. Nehmen Sie den Fachkräftemangel als Herausforderung an und nutzen ihn als Chance. Werden Sie aktiv und übernehmen Sie Verantwortung für sich, Ihr Leben und die Gesellschaft. Nehmen Sie Teil an der Bildungsmesse KULT in Lörrach. Die Plattform für Wissenshungrige und Bildungsanbieter.